so willkommen zurück zu einer weiteren folge weil im hier auf meinem kanal ich habe gerade mal hier das letzte tor ein bisschen verfeinert selbst gemacht ich habe jetzt hier noch nicht so eine stein schnibbel die dipsel gebaut ist da was kommt das machen wir auch noch schnell stein reicht zwar nicht mehr dafür aus obwohl brauchen wir jetzt nicht wir haben also das fertig genau das was ich fertig haben wollte schön schön dark was jetzt auch mit dem silber hier ich entwickle mich im discord und weiter geht's ich muss hier außenrum fahren komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch so hat mal was vor dann hier da kann mich von heute ist mal bitte hinlegen Ich bin die ganze Zeit da, ich regne nicht. Naja, weil ich die Aufnahmen an hab. Oh so. Du stehst am Bug eines über die Wellen gleitenden Schiffes, vor dir die Salzgischt und über dir das freudige Geschrei der Möwen. Weiter kann ich nicht lesen. Wir hatten denselben Text, witzigerweise. Man sollte schon durch die Tür rennen und nicht an den Türrahmen, Darko. Vielleicht wenn du mich wegdrückst. Hä, ich war hinter dir und bin dann durchgerannt. Junge. Du warst vor mir. Nein, ich war hinter dir. Ich hab sogar die Aufnahme als Beweis. Also hör auf mir immer die Schuld in die Schuhe. umzuschieben. Komischerweise hast du immer nur die Schuld, wenn du mich deswegen auch anmotzt. Vielleicht um von dir abzunehmen, Karan. Hä? Boah, da guck ich. Ich schicke dir dann das Video und da will ich von dir eine Entschuldigung hören im Stream. Pff. Hahaha. Bei mir sah es wirklich so aus. Fertig aus. Und wenn ich bei dir auch so aus war, dann ist halt das Spiel schuld. Ach, jetzt auf immer das Spiel. Willst du jetzt auch noch den Hoster dafür verantwortlich machen? Nein, ich hab dich auch so. Erstens, ich will nicht diskutieren in der Aufnahme. Zu spät. Aber ganz kurz, ja. Außerdem hab ich dich nie persönlich dafür verantwortlich gemacht, sondern nur gesagt, du stehst im Weg. Nee, ich bin dann an dir vorbei, wo du an den Dings gerannt bist die ganze Zeit. An den Türrahmen. Ich hab Videobeweis. Du hast mal ein Elf immer vor mir. Dann hast du einen scheiß Ping heute. In dieser Base ist das auch kein Wunder. Das kennen wir ja schon. Kann wirklich da. Diese Base, ja, ist im Gegensatz zu anderen noch sehr klein. Ja, es reicht aber trotzdem mal aus. Dann hast du einen Kackpizze. Das ist ja nur das Spiel. Und außerdem, ja, ich hab einen Kackpizze. Ich habe eine bessere Grafikkarte als ich. Wie viel ist denn jetzt noch da? Unter 10. Oh ja, da kann ich ja mal helfen. Noch weiter weg parken geht nie, oder? Mit jedem Sprung schiebe ich das Boot weiter weg. Nee, weil wenn du näher ran fährst mit dem Boot, kannst du vom Steg aus zugreifen. Nein, ich mein jetzt halt. Da war's grad. Was? Ich konnte... Hey, spring doch einfach rüber. Du bist doch eh nicht überladen. Doch, ich hab ganz viel Zeug im Inventar. Tote Frauenkörper. Und ich sag mal so, am Anfang hab ich das sogar noch vom Ufer aus gemacht, nur irgendwann ging's nicht mehr. Äh, das war Kupfer, was ich hier noch hab. So, ähm... Oh, das dann wär das Erste, was ich haben würde wollen. Aber erst mal nicht mehr. So, da wird noch nix hergestellt. Wir warten erst mal, bis alles durchgerattert ist. Das sagt der, der es schon alles hat. Das hab ich auch selber gefarmt gehabt. Und das hab ich jetzt selber gefarmt, mehr oder weniger. Jetzt mich verarsch, ich war dabei. Deswegen, mehr oder weniger. Die Hälfte hab ich gefarmt. Zehn Stück hast du da. Außerdem war das ja nie ein Grund, dass du hast das gefarmt, ich hab das gefarmt, war nie ein Grund, sondern nur, dass wir gleich aufgreifen. Nee, weil du gleich wieder da rangehst und sagst, hier, das ist das, was ich haben will. Das ist auch das, was ich haben will. Das ist auch das, was ich haben will. Ne, das steht. Aber das ist auch das, was ich haben will. Nur, weil ich hier rangehe zum Reparieren, heißt das nicht, dass ich mir das herstelle. Äh, wie war das mit der Bronzerrüstung, mit der Ersatz? Du hast mir erlaubt, eine zu machen, also habe ich auch eine gemacht. Ich dachte, du hättest halt schon eine, aber das Thema hatten wir auch schon geklärt. Äh, ich hatte nicht erlaubt, dass du dir eine machst. Ich hatte gesagt, wir werden uns eine machen und in dem Moment hast du direkt angefangen. Und doch gleich so krass aufgewertet, dass ich halt noch wieder warten durfte. Gut, in dem Punkt könnte ich aber auch wieder das Argument anbringen, was du gerade angebracht hast, dass es auch mal ein erfarmtes war. Aber das will ich jetzt nicht sagen. Weil das einfach Spaß hier nicht ist. Irgendwer hat immer irgendwas erfarmt. Stimmt, eigentlich müsstest du dir auch eine eigene Base bauen. Eigentlich kannst du auch einfach froh sein, dass ich hier mitspiele, weil du mich hier so angebrettet hast. Och, dann hätte ich irgendwann aufgehört zu spielen. Das wäre auch nicht das Problem. Kringel, Mittel, Gift, gesund, sehr gesund, Frustwiderstand. Also wie ist das jetzt? Darf ich mir ein Schild machen oder soll ich warten? Ja, mach dir eins. Da kostet der nur 8 Eisen, äh, Silber. Nee, jetzt ein Schild hast du ja auch noch nicht. Nee. Oh Gott. Wenn man das gehört hat, es tut mir gar nicht leid. Geringe Ausdauer, mittlere Ausdauer. Hä? Gesund, sehr gesund. Wo ist mittleres gesund? Hatten wir sowas überhaupt mal? Ich hab nur sehr gesunden Mäht. Ah, glaub nicht. Ja, wir haben hier noch so viel Mäht, das muss man alles mal durchrattern lassen. Darunter ist wieder ein Haufen Gegengift. Tür zu, dass die Woofies nicht abhauen. Was ist das mit dem Humpen? Oh, guck ich, du Butzi. Nix. Da ist nichts. 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 Oh! Die da drüben haben gerade Liebe gemacht. eins zwei drei drei jungtiere hier rum rennen insgesamt 6 12 die freie sind und weniger oben im käfig wo hast du die alle hingebracht die sind alle im knoch im käfig ja weil du sagst weniger oben im käfig das müsste jetzt auch wieder ein paar mehr ja ich habe doch gesagt ich habe ich habe ich will experiment machen das weißt du doch das sind die schon dahin gebracht aber ich habe die im stall noch mal überpümpern lassen daco wie sieht es denn aus noch mal eisen fahren wir haben nur noch elf stück selbst schuld werden wir so viel verbraucht wofür überhaupt meine restliche rüstung aufwerten ich komm wenn du schon 40 silber für so einen schmerz ausgeben darfst und das sogar noch leveln tust dann werde ich ja wohl meine rüstung auf max bringen dürfe du hast ein jungtier geschissen das habe ich gesehen du sauer 3 das gelangt überall schon 8 und 1 ja ich sehe es attacke scheiße ich kann meine fähigkeit noch nicht aktivieren damit kriegt man nämlich weniger damage von denen das gelangt überall schon nicht aktiviert haben die habe ich aktiviert sag mal jetzt habe ich nicht gefunden bis kommt für die kommen alle aus dem wald und kloppen sich miteinander was schlagen die denn ein nicht aus dem kreis rennen du musst schon im kreis bleiben in der bäse in der bäse in der bäse unsere wildschweine vorsicht bleibt draußen bleibt draußen unsere wildschweine drehen nämlich auch gerade durch mit uns oder wie die drehen durch weil die weil wir angegriffen worden ich glaube die wollen entweder abhauen oder mit uns kämpfen wo sind nein die jungtiere das ist richtig kacke gerade dass diese skelette auf jungtiere gehen das ist scheiße das ist die normale ordnung der schwachen hä nö wir waren jetzt im falschen zeitpunkt da wo ist denn jetzt hier was kaputt gegangen hier wird irgendwo noch hier draußen ist irgendwo noch was da hat mich alles getötet ja ich weiß auch wo aber ich sollte ja nicht aus dem kreis rausgehen ne hier drinnen irgendwo oder hä dann hier hinten sind halt noch die die ich halt vorher schon kennen wollte die schießen auf irgendwas unsichtbares was kein damage kriegt ach nee hier auf die nixe welche nixe hier steht ne nixe vor mir genau hier wo ich straffkloppe genau hier wo ich straffkloppe genau hier wo ich straffkloppe das ist nett bei mir ist jedenfalls da nix naja boah ich hab extra jungtiere gemacht und Darko die Tore immer zu machen beim rausgehen sonst hauen die Wölfe ab haha ein Jungtier ein Jungtier hat überlebt äh Fleisch so boah das ist ja scheiße ey wir haben die Ecke das wäre entweder Silber oder Eisen oder gar nix ne was denn jetzt nochmal ich bin durch den äh durch das Event gerade bisschen vom Thema abgekommen du wolltest Eisen farmen ich wollte Silber farmen haha oder ganz was anderes machen mir egal auf jeden Fall was wollen wir machen das war eigentlich ähm naja pfff keine Ahnung haha also Silber brauchen wir auf jeden Fall und Eisen halt auch wenn du die Rüstung aufwerten willst ach ich werd naja ich sag mal die ähm ne scheiß euch machen wir ohne Wolfsrüstung also Silber brauchen wir an was haben wir noch Karottensuppe? ja irgendwo ne 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 ich bin grad nur durchgegangen wir haben keine Rüstung mehr schade dann mach ich mal welche ach ich musste ja gleich noch was geben ach ich musste ja gleich noch was geben damit du ein neues Rezept frei hast ey den Barren meinst du? ne 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 also äh sammel mal ganz kurz off ich bin grad beim herstellen ja ich hab's auch gesammelt naja das Zweite kannst du nicht aufsammeln deswegen ja warte jetzt müsstest du auf jeden Fall ein Messer Rezept haben eben und Frost Pfeile müsstest du glaube auch jetzt das Rezept haben komm so ein Frost oder Gift Pfeile jetzt von wem? der Kessel ist auch nur Stufe 1 gibt's eigentlich eine höhere Stufe für der Kessel? nö nicht dass ich wüsste ah ok steht halt das so Stufe 1 ist auch die Frage so hätt ja sein können dass man vielleicht auch nahrhafteres Essen damit macht einschließlich dieses komischen Fleisches naja wer weiß vielleicht wird das ja noch frei gescheit mit dem nächsten Gegner weil die Ebene ist ja erst nach dem Drachen dran aber ich wollte halt einfach mal in der Ehen Aufnahme Just for Fun da ein bisschen rumgammeln und pimmeln und machen und tun also was du meinst ja wie gesagt Silber ja 41 haben wir jetzt aktuell hier Schild haste schon ja als einziges ja das wäre dann die zweite Aufnahme heute ja wir müssen so das Soßboot mit dem Winzer schon mal vorgammeln ich wo hast du die Pfeile in der äh in das Boot reingetan das waren meine äh in die Pfeilkiste ah ok oh du schießt mit Bronze Pfeilen? ich dachte immer mit Feuer Pfeilen ich hab beides ich hab beides ich hab beides ja ich hatte nur für die Knochenwand brauche ich ein bisschen Pfeile mit und hab die noch nie rausgetan ne das hast du aber gar nicht erwähnt gehabt du hast gesagt du hast Feuer Pfeile dabei die hatte ich auch beim ersten Kampf und da habe ich gemerkt ne das funktioniert nicht so gut und dann habe ich es auch nicht erwähnt in der Eile und rund 90% kämpfen ja auch mit dem Feuer Pfeil warum waren da ja auch noch 100 Stück gefahren ähm in dem Punkt kann ich jetzt nicht vorfahren denn ich muss kurz weg ja dann mach das ich beende auch gleich die Aufnahme erst mal hier dann müsstest du halt kurz vorfahren tut mir leid ne ich warte auf dich oder so ach so dann war es das auch mit der Folge mal wieder so ein kleines hin und her mit dem Silber und ja wir werden uns auf jeden Fall eine komplette Silber-Wolfs-Rüstung machen Schwert äh also Darko Schwert ich bleib bei meiner Keule und der Axt die werde ich noch aufleveln da werde ich noch ein bisschen Eisen fahren und ja wenn euch die Folge gefallen hat vor allem der Raid ähm lasst gerne einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da unten ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video bis dann bleibt gespannt nächsten Tag und Bye Bye rockstar dance until I drop my life is as hard if my home is the club my stage is the dance your party never stops bis auf 9 12 bis 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 auf